Heute ist der 5.4.2011. Mein Name ist Brad, schwarzer Brad. Und wenn dieser Brokkoli Albert R. heißen würde, dann wäre er jetzt 102 Jahre alt und würde nicht mehr schmecken. Aber dieser Brokkoli hätte uns die James Bond-Filme gebracht. Ohne diesen Brokkoli würde kein Arsch auf der Welt James Bond kennen. Also, Albert, eher Brokkoli. Das für dich. Peng! Feierschön, wo immer du bist. Im nächsten Bond gucken wir auch, der letzte war scheiße. 8, 9, 10. So, und heute wird Tommy Cash 70. Tommy Cash ist der jüngere und nur wenig erfolgreiche Bruder von Johnny Cash. Also, sozusagen Kleingeld. So, und noch Geburtstag. Deine Torte, deine Kerze, deine Puste, dein Dach, dein Sekt, deine Wünsche, dein Glück, dein Tag. Deine Party, deine Gäste, dein Buffet, dein Dach. Marc, dich löbe ich mir. Du hast es wahrscheinlich noch nie gehört. Marc, cheers, Feierschön. So, und ein grüner Tisch ist zu verkaufen. Der sieht so aus, Moment. So sieht er aus, der Tisch. Ein alter Holztisch aus einer Kneipe. Der Tisch ist noch aus echtem Holz. Also, so richtig Holz, wo Würmer sich von ernähren würden, wenn sie denn drin wären. Der ist aus Holz und man kann die natürlich auch in der anderen Farbe streichen. VB ist 75 Euro. Wer Interesse hat, meldet sich bei Patch 22. Du kannst gleich hier bleiben. Agnes und Wulfildes. Frühlingsfest steht an. Ich rezitiere einfach mal, liebe Freunde schöner Dinge. Frühling. Agnes und Wulfilde freut sich, viele neue, wunderbare, besonders schöne und liebevoll ausgewählte Dinge zu präsentieren. Das feiern wir am Samstag, den 9. April. Das ist am Samstag. Das ist schon bald. Von 11 Uhr bis 19 Uhr im Laden schöner Dinge. Schellingstraße 14 und laden dazu herzlich ein. Es gibt wieder lecker Frühlingsbowle. Außerdem zeigt uns ein Meister seines Fachs die Kunst des Drahtflechten. Seine schönen und filigranen Objekte sind vielleicht auch ein schönes Osterpräsent. Na, ja, na, 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 wer hat schon alle Osterpräsente? Niemand. Also, ein wunderschöner Frühlingstag am Samstag bei Agnes und Wulfilde. Schön Bohle trinken und stöbern. 11 bis 19 Uhr, Schillingstraße 14. Ruhig mal hingehen. Zum Schluss gibt's hier mal einen Tipp von meiner Oma. Wenn man mal Fleisch oder Wurst grillt, ruhig mal etwas Zucker drüber streuen. Das wird dann schnell braun und knusprig. Lecker, ja. Andersrum, wenn man Zucker karamellisiert, keine Wurst reinspeisen. So. Das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie das Patch 22 in der Schillingstraße 22. Die sagen es mir. Ich sag's dem Viertel. Jeden Tag 16 Uhr vor der Agneskirche. Wenn mag, ist auch um 12 Uhr hier auf dem Sodom am Platz. Oder rund um die Uhr im Internet. www.der-schwarze-brett.de Das bin ich. Tschüss. Komm rum.